Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video und heute möchte ich mal darauf eingehen, wie ich eigentlich zur Astrologie gekommen bin. Ich werde das immer wieder gefragt, während Sitzungen, wie kommt man eigentlich auf diese ganzen Geschichten und heute möchte ich dir etwas über meinen persönlichen Weg mit der Astrologie erzählen. Und vielleicht kannst du dir ja da auch was rausnehmen. Auf die Astrologie aufmerksam geworden bin ich natürlich, wie wahrscheinlich die meisten, über die Zeitungshoroskope in der Tageszeitung. Also da stand ja dann immer wieder und so weiter, was, wie wird dein Tag? Und das habe ich halt immer so gelesen, aber nie wirklich dem Großbeachtung geschenkt. Zum ersten Mal dann professionell mit der Astrologie in Berührung gekommen, bin ich über eine liebe Freundin und über eine gute Freundschaft mit eben der Sibylle, wo ich dann gelernt habe oder gesehen habe, wie präzise astrologische Aussagen sein können. Also das heißt, wo wirklich auf Themen Fragen beantwortet werden können, ganz klare Antworten auf Fragen, die einen beschäftigen und wo das auch vom Astrologischen hergeleitet werden konnte. Und am meisten habe ich es dann gemerkt eigentlich daran, dass mir die Sibylle Klienten geschickt hat. Also aus ihrer Praxis, ich habe damals noch nichts mit Astrologie am Hut gehabt quasi, noch nie etwas gemacht. Und sie hat mir Leute geschickt und die Diagnose unter Anführungszeichen, die sie gestellt hat, die Beobachtungen, die sie aus dem Horoskop herleiten konnte, also die energetischen Zusammenhänge, konnte ich im Energiefeld selber dann sehen, wahrnehmen und das war deckungsgleich. Und das ist eben so das Spannende. Das war für mich so immer wieder die Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, wow, das funktioniert mit der Astrologie. Und man kann die Astrologie auch mehr als nur in den Zeitungshoroskopen einsetzen. Nämlich dazu, Leute wirklich zu helfen, Leuten Tipps zu geben, Beratungen zu geben oder sie auch wohin zu führen, wo man sagt, da wird dir dann geholfen. Und ich war ja eher so der unter Anführungszeichen Problemlöser. Also in meiner Rolle als Energetiker habe ich ja natürlich immer schon mit dem Energiefeld gearbeitet und meine Frage war immer dann, was ist die Lösung für den Klienten? Das heißt, wo kommt das Thema im Energetischen her und wie kann ich das am schnellsten lösen? Das war eigentlich immer so mein Ansatz. Und ich war da an einem Zeitpunkt, ich war da um circa zehn Jahre selbstständig jetzt oder elf Jahre selbstständig und ich war ein bisschen, naja, ich möchte nicht sagen gelangweilt, ich möchte auch nicht sagen frustriert, aber ich bin irgendwie, ich war hungrig etwas Neues zu lernen. Vielleicht kennst du das. Du machst etwas, es macht dir Spaß, du weißt, dass du begeistert bist, aber du möchtest etwas Neues lernen und du möchtest dich weiterbilden. Nicht, weil du das Gefühl hast, es fehlt dir etwas, sondern es ist einfach so dieser Ruf zu sagen, es muss was wachsen, es soll der Horizont wieder weiter werden im positiven Sinn und nicht im negativen, wo ich sage, ich brauche das, dass ich so gescheit werde, dass ich überhaupt weiterarbeiten kann, sondern das war eben so ein innerer Ruf, so eine innere Stimme. Und ich habe dann erlebt, dass eben im Energetischen, diesen ganzen Techniken, die da gekommen sind, in Quantenheilung, was damals so modern war, oder Matrixheilung und diese ganzen Geschichten, die da so am Markt waren, habe ich gelesen und habe mich da gebildet, einfach weitergebildet und habe mir dann gedacht, okay, das ist genau das, was ich mache, halt in einer anderen Terminologie. Und dann habe ich mir gedacht, gut, da gibt es nichts Neues unter der Sonne. Ich habe eine sehr umfassende Ausbildung genossen und ich habe auch sehr, sehr viel in meiner energetischen Palette unter Anführungszeichen immer dabei gehabt. Also war es nicht das Thema da, eine neue, so energetische Technik. Das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich etwas Neues lernen. Und der Zufall hat es dann wirklich so geführt, dass ich so 2012 herum, vielleicht 2013, 2012, 2013, ich kann es nicht mehr so sagen, dass ich dann wirklich auch über die Erfahrungen, die ich mit der Sibylle gemacht habe und es gab dann noch eine andere Erfahrung, da wurde ich eingeladen zu einer Radiosendung und da war auch ein Astrologe mit eingeladen, der Wilfried Weiland. Und die Aufgabe war, dass wir uns jemanden anschauen, der da bei der Radiosendung eingeladen wurde, er auf astrologischer Ebene und ich auf energetischer Ebene. Und wir wussten eben nicht, was der andere voneinander sagt und wir haben auch diese Person identisch charakterisiert, die wir nicht kannten. Also das war so eine Radiosendung und da haben wir auch wieder gequatscht und das war für mich auch so ein Berührungspunkt wieder, wo ich gesagt habe, hey, cool, das funktioniert mit der Astrologie. Und dann hat es sich eben so ergeben, dass ich gesagt habe, okay, ich mache da jetzt eine Ausbildung, ich bilde mich da wirklich weiter und habe dann eben wirklich so bei einer wunderbaren Astrologin, die Gott sei Dank ihre Seminare auch im Einzelunterricht angeboten hat, habe dann so die Ausbildung gemacht. Die ist bei ihr angelegt gewesen auf, ich glaube, sechs Semester, also so dreijährig und ich habe das durch einen Einzelunterricht eben in anderthalb Semestern, quasi eineinhalb Jahren so abgeschlossen mit dem Diplom. Und seitdem beschäftige ich mich mit der Astrologie und es hat wirklich dann auch meine Arbeit, meine energetische Arbeit bereichert. Warum? Weil du über die Beschäftigung mit der Astrologie quasi eine neue Sprache lernst. Du lernst eigentlich neue Qualitäten kennen. Und was mir die Astrologie wirklich gelernt hat, ist, dass ich die Menschen besser verstehe. Nämlich, dass ich wirklich verstehen kann, wenn eine Kommunikation nicht funktioniert, wenn sich die Merkur nicht verstehen oder die Venus nicht verstehen, um es sehr astrologisch zu sagen, dann kannst du machen, was du willst, dann wird das immer ein Konfliktpunkt sein, dann wird das immer ein Spannungspunkt sein bei Leuten. Und das ist nicht, weil der andere blöd ist oder nicht entwickelt ist oder egal, was auch immer dann die Ausrede ist, sondern das ist wirklich ein ganz ein unterschiedlicher Typ und das hat mir die Astrologie wirklich weitergebracht. Und für mich war das eigentlich auch der größte Gewinn der Astrologie, muss ich sagen. Und ich finde eben diese Sprache der Astrologie faszinierend. Und da geht es jetzt gar nicht so um die Wahrsagerei zu sagen, oh Gott, was ist jetzt Schicksal und was nicht, aber die Astrologie und auch die Arbeit mit dem Energiefeld. Und das ist ja das Schöne an der Arbeit. Darum mache ich das seit über 20 Jahren. Darum unterrichte ich das auch in Kursen. Das Spannende ist ja, wenn das funktioniert, wenn Astrologie funktioniert, wenn Aurasicht funktioniert, wenn Energiearbeit funktioniert, was sagt das dann wirklich über das Wesen der Welt aus? Das heißt, was ist dann wirklich im Wesen der Welt los? Was ist im Kern der Welt los? Dann ist das ein anderes Weltbild, dann ist es eine andere Wirklichkeit, eine andere Wirkung als wir in der Schule lernen. Und das finde ich faszinierend. Und deshalb habe ich auch nicht aufgehört, mich weiterzubilden in der Astrologie. Man lernt immer weiter. Das ist eine Lebensbeschäftigung letzten Endes, wenn man das Grundvokabular mal kennt. Und das ist eben so das Spannende. Und in der Kombination von meinen energetischen Techniken, was ich mit der Aura mache, was du vielleicht schon bei meinen Meditationen auf diesem Kanal mitbekommen hast, wo es ja wirklich darum geht, eben inneres Bewusstsein zu schaffen, das Energiefeld zu klären, sich aufzurichten, körperlich auch zu arbeiten, so auf der energetischen Ebene. Und das in Kombination mit der Astrologie, Astrologie, das ist schon ein sehr, sehr kraftvolles Tool für mich und ein sehr inspirierendes Tool. Und ich denke, dass wirklich so die Beschäftigung mit der Astrologie eine Inspiration darstellen soll, ein anderes Weltbild vermitteln soll, einen anderen Blickwinkel dir zeigen soll. Und ich glaube, dass das wichtig ist in unserer Zeit, weil wir einfach vergessen haben, aufeinander zuzugehen oder zuzuhören. Und ich lerne das immer wieder oder ich sehe es immer wieder. In Gesprächen. Was machst du denn? Ja, ich bin Energetiker. Aha, Energetiker. An das glaube ich nicht. Und dann ist die Diskussion schon beendet. Und das finde ich so schade. Nicht, weil ich sage, es muss jetzt jeder an ein Energiefeld glauben oder an eine Astrologie glauben, sondern es geht darum, dass man sagt, bin ich offen für etwas oder nicht. Und ich kann ja eh offen sein, kann mir das anschauen und kann sagen, okay, grundlegend kann ich damit wenig anfangen oder inspiriert mich das nicht genug. Grundlegend habe ich da ein Thema damit oder das taugt mir nicht oder habe negative Erfahrungen gemacht. Aber dann sollte man nicht das Gesamte verdammen, sondern eben gezielt dabei bleiben. Für eine Fehldiagnose medizinisch heißt es nicht, dass die ganze Schulmedizin schlecht ist, weil du mal schlecht behandelt worden bist. Wenn du mal einen schlechten Rat bekommen hast oder keine positive Erfahrung bei einer Energetikerin, bei einem Energetiker gemacht hast, dann heißt das nicht, dass das Ding an sich schlecht ist. Und da würde ich dich auch dazu einladen, klarer zu sein, offener zu sein, auch wieder offener auf Gegensätze zuzugehen. Man kann nicht nur einen Weg, gut, du kannst schon einen Weg haben hier auf der Welt und sagen, das ist die einzige Wahrheit. Die Frage ist dann, ob das haltbar ist, Punkt eins, und ob es dich dann langfristig auch so glücklich macht und so zufrieden stellt, wie du dir das vorstellst. Also mein Weg zur Astrologie war, ich komme immer von der skeptischen Ecke. Ich bin auch bei der Energiearbeit, beim Aura-Arbeiten immer von der skeptischen Ecke reingekommen. Ich wollte immer nur wissen, was bringt mir das, was kann ich damit bewegen und nicht, ich glaube etwas. Also für mich ist Glaube an sich mal nett und gut, aber das ist mir viel zu wenig, zu sagen, okay, ich glaube da jetzt einfach, das funktioniert. Für das würde ich niemals Geld verlangen. Ich glaube, das funktioniert. Sondern ich vertraue da schon drauf, dass diese Techniken funktionieren, wenn man die richtigen Themen damit behandelt. Und das ist wieder der Punkt, mit welchem Instrument, mit welchem Werkzeug behandelst du denn deine Blockaden, deine Themen. Und mein Lieblingsbeispiel, du hast es vielleicht schon gehört, wenn du länger am Kanal bist, ist immer das, wenn ich ein schlechtes Geldverhalten habe, dann brauche ich eine Schuldnerberatung und eine finanzielle Erziehung. Dann brauche ich aber keine Wohlstandsmeditation. Und das ist eben so der Punkt. Schau dir immer an, wo bist du gerade, wo stehst du gerade, was sind deine Themen und wie löst du die am schnellsten? Und man meditiert sich nicht schlank, sondern man ändert halt dann einfach in der Lebensweise auch was. Und das sind eben so die Themen, wo ich sage, okay, man muss dort ansetzen, wo das Problem beheimatet ist, wo man was gelöst haben möchte und kann nicht alles irgendwo hinverschieben. Und das ist eigentlich schon, ja, das wäre auch schon so mein Schlusswort. Also, ich bin zur Astrologie gekommen, um es nochmal zusammenzufassen, über wunderbare Menschen in meinem Umfeld, vor allem über die Sibylle, auch über die Radiosendung mit Wilfried. Und da habe ich gesehen, Momental, das deckt sich mit dem, was ich sehe. Und das war eigentlich so mein Weg zur Astrologie. Und dann natürlich auch über die wunderbare Elisabeth Berauer, bei der ich die Ausbildung gemacht habe. Und dann über Bücher, weil dann habe ich nicht mehr live kennengelernt, eben Wolfgang Döberreiner, sehr inspirierend. Und es gibt unzählige Astrologen, die ich da jetzt gar nicht alle nennen kann. Es ist einfach faszinierend und es gibt sehr gute Lehrerinnen und auch Lehrer in der Astrologie. Und wenn es dich interessiert, dann bitte bilde dich einfach. Und vielleicht mache ich auch mal einen Online-Kurs in der Astrologie. Vielleicht gibt es ja da mal Interesse oder auch mal live. Auf jeden Fall, live startet im April meine Ausbildung mediale Energetik, wo auch die Astrologie mit rein spielt, aber auch natürlich Selbstständigkeitsmodelle mit drinnen sind. Also wie kann man denn jetzt als Energetikerin, als Energetiker auch selbstständig sein? Wie sieht man denn das Energiefeld? Wie arbeitet man damit? Das ist eine irrsinnig umfassende Ausbildung. Infos findest du auf meiner Homepage. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Hab noch eine gute Zeit. Genieße den freien Tag und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ereli. Tschüss, bis nächstes Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017